Wow! Ich will mal gucken, ob ich da rüberkomme. Ne, kriege ich nicht hin. Mir scheint ja noch so ein Mistvieh zu sein. Warum sind die Viecher an Land nur so verdammt schnell? Ich nehme erstmal ein kleines Medipack. Ich weiß, das war eventuell noch ein Ticken zu früh. Und speichere einfach nochmal. Lieber zu viel speichern als zu wenig speichern, ist hier meine Prämisse. Die Frage ist, ob ich da rüberkomme. Sieht mir nämlich irgendwie nicht so vertrauenserweckend aus. Okay, doch. Und da sie das geschafft hat, also wirklich, wow! Schau! Okay. Leicht verletzt, aber wir sind hier. Immerhin. Okay. 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 Einfach mal speichern. Hier schien nur eine gewesen zu sein. Okay. Hier schien nur eine gewesen zu sein. Spielladen. Aber wie soll ich denn das sonst machen? Am tollsten wäre es natürlich, wenn ich durch die Tür laufen könnte. Okay. 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 Aber... Ah! Nach hinten springen! Ich habe eine Idee. Spielladen. Wow! Es klappt echt! Okay. Dass mein Plan von mir vielleicht beim First Try aufgeht. Wow! Ich speichne nochmal. Spiel sichern. Ja, ist ja schon wieder irgendein Viech. Ah, da ist ein Schlüssel. Okay. Also müssen wir das Ding irgendwie öffnen. Aber ich glaube, klüger wäre es, wenn ich erstmal gucke, ob vielleicht in dem Wasser Ding ins was ist. Wow! Ich habe es gleich getroffen. First Try entstanden. First Try ist bei so weit ja eigentlich nicht so mein Standard. Ach, du Kacke. Okay. Da ist noch ein Schlüssel. Okay. Da komme ich definitiv nicht hoch. Das sind nämlich drei Blöcke hoch. Ich glaube, da muss ich erstmal weiter schwimmen. Dass ich das mal irgendwann freiwillig sage, hätte ich auch nicht gedacht. Als ob. Warum bin ich jetzt wieder hier? Ich fühle mich gerade ein bisschen gescannt. Irgendwie muss ich ja das Ding hochkriegen, damit ich den unter Wasserhebel benutzen kann. Oh shit. Ich glaube, ich bin ein bisschen am Arsch. Ich hätte nicht ins Wasser springen sollen. Ja. Spiel. Oh Gott, nicht sichern. Spiel laden. Wo zum Teufel bin ich hier? Ah, hier. Okay. War hier nicht noch eine zweite? Okay. Aber gut zu wissen, da können wir gleich ganz hoch rammeln. Okay. Vielen Dank. Die Frage ist, kriege ich das hin, ohne runterzufallen? Geil! Ich muss trotzdem wieder hier runterklettern. Nicht so geil. Okay, das könnte ich schaffen. Ach ne, ich speichere einfach mal nochmal. Spiel sichern. So. Ist auch toll, dass Lara wieder nicht aufheben will. Lara ist manchmal in dem Spiel schon so ein kleines, stures Kind. Oh Gott! Es ist auch toll, dass der Typ immer dann vorbeikommt, wenn ich absolut nicht mit ihm rechne. Und auf nach unten. Und natürlich im falschen Raum auftauchen. Aber eine Chance haben, die Krokodile zu erwischen. Und hoch da. Alter Schwede! Okay. Puh, 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 Puh!